Hallo zusammen, wir haben hier jetzt ein kleines Wildbienensandarium angelegt, also eine Nisthilfe für bodenlebende Wildbienenarten. Also wir haben hier schöne große Stämme aus einer alten Birne herausgesägt, das sind solche Halbstämme oder Hälften von Stammteilen, die ungefähr 60 Zentimeter lang und so viel Sand ist dann hier auch drin. Wenn man das zum Beispiel auch im eigenen Garten macht, dann sollte man mindestens eine Tiefe von 30 Zentimeter haben, besser ist 40 oder bis zu 60 Zentimeter, weil die Tiere eben so tief reingraben und dann haben wir eben dort ein Vlies reingelegt, eine Vliesbahn, damit der Sand nicht zwischen den Ritzen von den Stämmen eben dann raus rieselt und das nennt sich Geoflies, das kann man im Baumarkt eben auch beziehen und dann haben wir das mit so einem standardmäßigen Lochbandstahl eben nach außen gesichert, dass uns das nicht wegrutscht. Also den Sand, den wir hier verwendet haben, das ist Sand aus der Sandgrube, wo wir eben auch schon waren und das ist so ein ganz feiner, rieselfähiger Sand, so ein bisschen lössiger Sand. Das ist so, also wenn man jetzt einfach sich einen guten Sand sucht, nicht jeder wird jetzt zum Beispiel Zugang zu Lösssand oder so haben, dann sollte man einfach so einen Test machen, man sollte den mal so zerreiben in den Händen, inzwischen den Fingern und wenn der so richtig fein ist und so, so wie Mehl eigentlich in den Fingerrillen hängen bleibt, dann ist das eigentlich ein geeigneter Sand. Was wir dann noch so gemacht haben, ist dann haben wir hier so ein paar schöne Steine eben noch verteilt in dem Wildbienen-Sandarium. Das ist dann gut, wenn eben die Sonne hier drauf knallt, dann wärmt sich das halt auf, die Hölzer und die Steine und der Sand wärmt sich alles auf und das ist eben genau das, was Wildbienen und andere Insektenarten brauchen. Das ist richtig cool geworden, oder? Okay, wie ihr seht sind jetzt einige Wochen vergangen, seitdem wir unser Sandarium angelegt haben. Wir haben hier einige Stauden eingepflanzt, die schon angewachsen und groß geworden sind und es haben sich auch schon einige Wildbienen hier eingefunden und in den nächsten Folgen zeige ich euch dann, wie ihr mit einfachen Mitteln für euren eigenen Balkon ein Sandarium anlegen könnt.